Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Walz, lieber Karl Ludwig, Entschuldigung, es ist eine große Freude hier bei Ihnen zu sein. Und Sie haben ja einige Zahlen gerade genannt, lieber Herr Otto. Also wir haben von Herrn Hartmann gehört, was noch alles kommt und die Zahlen sind so schlimm, obwohl wir ja noch gar nicht digitalisiert sind. Und ich glaube, das ist eigentlich der zentrale Punkt. Wie soll es denn eigentlich weitergehen, wenn wir anfangen, wirklich sauber uns zu digitalisieren? Wir reden doch alle von den anderen Themen wie Industrie 4.0. Wir reden von Fragestellungen wie Smart Factories, Smart Services. Ich bin hierher geflogen, also ich sage Ihnen ganz ehrlich, heute Morgen aus Berlin kommt, das ist noch viel Room for Improvement, Luft nach oben, wie Sie schon gesagt haben. Benutzen Sie mal die Lufthansa-App, super. Also nehmen Sie sich das bitte nicht zum Vorbehalt in den Banken. Verletzte Autos. Erinnern Sie sich noch daran, früher mal vor einigen Jahrzehnten fast, hat der Altministerpräsident in Hessen, Roland Koch, gesagt, staufreies Hessen. Da kommen wir jetzt hin, dann mit dem autonomen Fahren, wenn wir das dann haben. Und um all das zu erreichen, brauchen wir natürlich die Dinge, Herr Hartmann, über die Sie gesprochen haben. Beispielsweise natürlich eine Blockchain. Natürlich künstliche Intelligenz, wobei ich halte von dem Ausdruck künstliche Intelligenz relativ wenig. Es geht eigentlich um das Thema des maschinellen Lernens. Das sollten wir doch bitte erst mal beherrschen. Also ich habe drei Kinder, da fange ich auch nicht an und sage, jetzt nimmst du gleich mal teil und schreibst einen Bestseller, sondern lernen erst mal schreiben und lesen. Und das machen wir mit dem maschinellen Lernen. Und Quantencomputer ist darüber gesprochen worden. Quantenresistente Verschlüsselung und all diese Themen, das werden alles Themen sein, die noch dementsprechend kommen. Und ich glaube, das ist die spannende Herausforderung, wenn wir genauso digitalisieren, wie wir uns in der Vergangenheit digitalisiert haben, dann werden wir diesen Kampf im Bereich der Informationssicherheit verlieren. Wenn wir genauso weitermachen wie in der Vergangenheit. Digital first, bedenken second. Hören Sie auf. Also, jetzt nicht politisch gemeint. Ich merke schon, Sie haben da irgendwas im Kopf, aber das meine ich nicht. Sondern es geht um das Thema, dass die Informationssicherheit ist die Voraussetzung der Digitalisierung. Das ist das zentrale Element. Und das eine ist nicht Kostenfaktor und das andere ist der Erlös- und dann Ertragsbringer. Sondern Sie können nur dann digitalisieren, wenn es funktioniert. Weil keiner von uns wird doch irgendein Bankgeschäft machen oder etwas überweisen, wenn ich nicht sicher bin, dass das Geld, was ich überweise, auch dahin geht, wo es hingehen soll. Oder eine Blockchain missbraucht wird, wo wir die Vorfälle kennen. Da haben wir gerade gemeinsam mit der BaFin auch ein Konzeptpapier dazu veröffentlicht. Und das ist darum das ganz Entscheidende bei diesen neuen Technologien, auch die Risiken mit zu bedenken und dann eine bewusste Entscheidung zu treffen. Welche Risiken bin ich bereit einzugehen und welche bin ich nicht bereit einzugehen? Sie kennen die Diskussion beim Thema 5G und Huawei und diese ganzen Dinge. Da haben wir sehr klar in der Bundesregierung uns positioniert, welche Risiken wir bereit sind einzugehen und welche nicht. Und jetzt musste ich Sie ja leider enttäuschen. Wenn Sie hingehen und sagen, das ist ja wunderbar, ich habe einen ITler und einen CIO und vielleicht einen CISO in der Bank und der macht das dann für mich, dann sollten Sie überlegen, ob Sie im richtigen Geschäft sind. Um es sehr deutlich zu sagen. Ich glaube, das ist Chefsache. Und ich stimme unangeschränkt dem Kollegen Hufeld überein, das ist eine Sache, die oben der Entscheider verstehen muss. Es ist Sache des Entscheiders zu sagen, welche Risiken bin ich bereit einzugehen und wie manage ich die? So wie in allen anderen Bereichen auch dementsprechend. Und das ist dort das ganz zentrale Element. Und das Thema wird nicht weggehen, sondern es wird an Bedeutung gewinnen, weil wir immer abhängiger davon werden, von dieser Thematik. Und jetzt muss ich Sie da etwas beunruhigen, Ihre Kunden übrigens auch. Und fragen Sie mal im Bereich der Kreditwürdigkeitsprüfung, wie genau Sie sich das Thema der Cyberrisiken dann anschauen. Fragen Sie mal, wie ist denn Maersk, weil Sie gerade Maersk erwähnt haben, wenn Sie jetzt kreditgebende Bank bei Maersk sind, wie sicher ist denn Maersk im Bereich der T aufgestellt? Maersk kann ich deshalb nehmen, weil das nicht die Medien ging, weil Sie von dem einfachen Vorfall von WannaCry 350 Millionen Dollar zahlen mussten für die Wiederherstellung. Gehen Sie mal die anderen Fragen, das waren relativ triviale, einfache Fälle. Und dann fragen Sie mal, inwiefern Sie das dann dementsprechend mit betrachten. Das heißt, Sie müssen das Thema der Digitalisierung auch verstehen, um die Risiken Ihrer Kunden vernünftig einschätzen zu können, damit Sie selber auch als Bank ein gutes Risikomanagement machen können. Gesehen? Früher hat man immer so ein Bild gehabt, wenn man auch die Heute-Show sieht, hat man immer so ein Bild, da sitzt dann der untersetzte Hacker mit so einem Kapuzenpullover, Pizza essen, Cola trinken im Keller und dann ist man auf dem Smartphone rum und hackt tatsächlich das Konto der Großmutter. Oder Großvater. Das ist leider nicht mehr so. Wir haben täglich, sehen wir knapp 400.000 neue Schadprogramme. 400.000, jeden Tag. Jeden Tag. Wir sehen weltweit 800 Millionen Schadprogramme, die draußen sind. 800 Millionen. Sie haben Zahlen genannt, 50 Milliarden für die deutsche Wirtschaft. Schadenspotenzial. Seit 2009 verdient die organisierte Kriminalität mehr Geld mit Cybercrime als mit Drogen. Seit 2009. Wir sind ja alle modern und Tipp. Jetzt gucken Sie aber aus so einem Streaming-Dienst wie Netflix oder Amazon Prime und die anderen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mal gesehen hat, diese Serie Narcos über Pablo Escobar und die anderen Drogenhändler. Und wenn Sie sehen, was die für ein Reichtum damals, das war Ende der 80er, aufgehorcht haben. Mit den verschiedenen Medellin-Kartellen und den anderen oder später Kali-Kartellen und all denen. Und jetzt müssen wir überlegen, im Bereich der Digitalisierung verdient die organisierte Kriminalität mehr als diese Burschen. Und wir sind noch nicht digitalisiert. Und wir sehen eben nicht nur diese Schadprogramme, diese Software-Angriffe, die wir haben. Wir sehen eben auch die Lücken in den Softwaeren. Rund 700 Lücken in den 10er meistverarbeiteten Softwareprogrammen. Ich baue gerade ein privaten Haus. In der realen Welt, wenn das Dach nicht gedeckt ist, dass es reinregnet, dann zahle ich dem noch kein Geld. Was ist denn in der digitalen Welt, wenn Sie sich ein Smartphone kaufen? I send you an Update. In drei Monaten oder sechs Monaten, wenn eine Lücke drin ist und es reinregnet. Das akzeptieren wir in der Cyberwelt. In der realen Welt akzeptieren wir es nicht. Da haben wir uns an bestimmte Themen gewöhnt, wo Lücken drin sind, die nicht entsprechend geschlossen werden. Und wir haben ein Problem, dass wir zu viele Lücken sehen. Und wenn Sie dann drin sind in dem Programm, dann migrieren Sie eben dementsprechend weiter in die verschiedenen Systeme. Da gehen Sie hin und sagen wahrscheinlich, ja, ist ja wunderbar, wir machen hier bestimmte Inseln und solche Themen im Bereich der IT-Infrastruktur. Fahren Sie mal nach Israel und gucken Sie sich mal an, wie man da Hopping von der einen Infrastruktur zur nächsten machen kann. Faszinierend. Und das ist erst der Anfang. Dann sehen wir nicht nur die Lücken, dann sehen wir die Software-Probleme. Was haben wir noch für Probleme in der Hardware? Chips. Wo wir auf einmal festgestellt haben, dass es dort Lücken gibt. Da sagen wir mal, Cloud ist ganz sicher, nicht? Ist ja wunderbar. Ist es auch sicherer als wahrscheinlich, wenn Sie zu Hause einen Server stehen haben. Und dann stellt man auf einmal fest, die Cloud ist ja wie eine Art großes Hotel für diejenigen, die das nicht so genau kennen. Das heißt, Sie gehen hin und sagen, ich nehme mir das eine Zimmer und das nächste Zimmer etc. Und das ist ja sicher alles da drin. Und wenn man sich die Chip-Risiken teilweise anguckt, die ja letztes Jahr und Anfang dieses Jahres veröffentlicht worden sind, dann ist das so, als wenn Sie praktisch mit dem Ohr am Hotelzimmer lauschen können. Was wird denn da gesprochen? Noch nicht zielgerichtet? Aber Wissenschaftler haben diese Lücken nachgewiesen. Mit Spectron-Meltdown und so weiter. Wird auf einmal neue Themen haben, dass auf einmal die Hardware kompromittiert ist. Und dann haben wir ein Thema in der globalen Welt, in der wir gerade leben, das wir überhaupt nicht mehr abschätzen können. Wo kommt denn wo, wie, welches Produkt eigentlich her? Und wo sind wie, welche Sicherheitslücken von vornherein eingebaut und wo nicht mehr? Und das ist das, wo wir heute stehen. Und jeden Tag kriege ich einen Bericht. Ich wünsche immer, dass er gekürzt wird und er wird immer länger. Jeden Tag. Geht Ihnen wahrscheinlich genauso hart, Mann. Und das sind Punkte, wo ich hingehe und sage, Leute, da müssen wir uns drauf vorbereiten. Darauf müssen Sie sich auch dementsprechend vorbereiten. Weil das natürlich Themen sind, die eine besondere Bedeutung haben werden. Ohne das Thema Informationssicherheit keine Digitalisierung. Der Bund hat vor knapp 30 Jahren gegründet das BSI. Kannte vor ein paar Jahren noch kaum einer. Das waren so die Verschlüsseler, die Codemaker. Und wir haben einen Leitspruch vor etwas über drei Jahren entwickelt, wo wir gesagt haben, wofür stehen wir eigentlich? Wie können wir Ihnen helfen? Wie können wir Sie unterstützen, damit Sie gemeinsam, damit wir gemeinsam die Digitalisierung erfolgreich gestalten können? Da haben wir gesagt, dass BSI als die nationale Cyber-Sicherheitsbehörde gestaltet die Informationssicherheit in der Digitalisierung, Prävention, Detektion, Reaktion, aber für Staat, Wirtschaft, Gesellschaft. Ich will Ihnen kurz sagen, was das heißt. Die nationale Cyber-Sicherheitsbehörde. Jetzt rede ich gerne mit meinen Partnern in den Vereinigten Staaten. Karl Ludwig, du kennst das, wir haben uns abends mal unterhalten. In den USA gibt es 52 Institutionen, die für das Thema Cyber-Sicherheit zuständig sind. 52. Dann rede ich mal mit der NSA, dann rede ich mal mit der Institutionen vom Department of Homeland Security. Alles in verschiedenen Bereichen. Was passiert denn zu Hause, wenn Sie einen Abendbrottisch haben und sagen, jetzt räumen wir mal den Tisch ab? Kann ich Ihnen sagen, was zu Hause passiert? Nichts. Nichts. Jetzt sage ich mal zu 52 Institutionen, jetzt machen wir mal Cyber-Sicherheit. Kann ich sagen, was passiert? Jeder wurschtelt ein bisschen rum. Wenn ich aber sage, Wilhelm, du räumst das Glas ab, Christina, du räumst den Teller ab und Friederike räumt den Papa ab. Dann wissen wir, was genau, wer zu tun hat und dann passiert das auch. Und das ist die nationale Cyber-Sicherheitsbehörde. Das ist ein Kompetenzzentrum. Heißt das, man macht das nur alleine? Nein, sondern man macht das auch dementsprechend für die anderen. Man unterstützt die anderen als Kompetenzzentrum. Darum bauen wir das Know-how weiter aus, beispielsweise im Bereich des maschinellen Lernens. Darum sind wir angetreten bei der sogenannten Olympiade im Bereich des maschinellen Lernens. Wir haben da noch gepaart die Realintelligenz mit der Künstlichen Intelligenz und haben da auch in den Disziplinen, wo wir angetreten sind, zweimal gegen China gewonnen. Bei der Olympiade in dem Umfeld im Bereich der Informationssicherheit. So durften wir da teilweise gar nicht. Und das sind Themen, worauf dann die anderen Institutionen dementsprechend zugreifen können. Das sind Netzwerke. Netzwerke schützen Netzwerke. Dann gestaltet Informationssicherheit eine Digitalisierung. Informationssicherheit ist die Voraussetzung einer erfolgreichen Digitalisierung. Für Staat, Wirtschaft, Gesellschaft. Ich habe eine einfache Aufgabe. Ich bin zuständig für die Bundesregierung. Einfach. Ich bin nicht zuständig für den Bundestag. Weil das Parlament die Regierung kontrolliert. Von daher arbeiten wir dort eng und vertrauensvoll zusammen. Nach dem Vorfall in 2015, den Sie erkennen. Was macht das Land Hessen? Natürlich, wir leben ja im föderalen Staat. Das heißt natürlich, jedes Land ist für seine eigene IT-Sicherheit verantwortlich. Aber als Kompetenzzentrum unterstützen wir das. Darum haben wir in den letzten Monaten mit neun Ländern Absichtserklärungen unterschrieben für eine bessere Versorgung, für einen besseren Austausch im Bereich der Informationssicherheit. Darum haben wir aufgebaut eine Mailware-Information-Sharing-Plattform. Wo wir halt hingehen und sagen, jeder soll wissen, welche Angriffssignaturen wir haben. Es gibt einige wenige Geheime, die nicht. Aber die anderen kann jeder haben, weil wir wollen, dass sie alle ein höheres Niveau haben. Auf der staatlichen Seite. Wirtschaft. Wir haben aufgebaut das Thema Allianz für Cybersicherheit mit knapp 4000 Unternehmen. Den OP-Kritis, wo sie ja mit drin sind, wo sie ja mit zusammenarbeiten. Dort im OP-Kritis erarbeiten wir branchenspezifische Sicherheitsstandards. Gerade gestern haben wir angemacht für das Thema Ernährung, Landwirtschaft und so weiter. und das Thema Gesellschaft, wo wir ja auch eng mit den Verbraucherzentralen zusammenarbeiten. Vielen Dank dafür, wo wir dort ja auch verschiedene Punkte machen, wo wir hingehen und sagen, ein sogenanntes IT-Sicherheitsgenzeichen. Frau Dietze, wie sicher ist Ihr Handy? Sagen Sie mal, was haben Sie denn? Ich habe nur ein ganz normales iPhone. Ein iPhone? Gut. Ah. Ich trenne da. Sehr vorbildlich. Trennen Sie alle? Aha. Nein, sehr ehrlich. Haben alle iPhones oder hat einer auch ein Android oder ein Huawei-Gerät? Ich frage nochmal. Huawei nicht? Hat mal eine Tochter, die findet das toll. Ja? Also relativ einfach. Sie haben gar keine Chance zu wissen, wie sicher Ihr Smartphone ist. Darum wollen wir mal ein IT-Sicherheitskennzeichen erarbeiten. Oder haben das erarbeitet. Jetzt erarbeiten wir ja gerade das sogenannte IT-Sicherheitsgesetz 2.0 so, dass der Verbraucher bewusst selber entscheiden kann, wofür will ich das denn entsprechend verwenden. Weil wenn Sie über Ihr iPhone privat Ihr Smart Home steuern, dann ist das ja vielleicht gut. Wenn Sie aber ein Telefon kaufen, bei Amazon bestellen, das fängt mit S an und dann hat das eine Nummerierung, das war aber nicht Samsung, das war Plagiate, in Polen teilweise hergestellt, dann kaufen Sie automatisch mit einer Chartsoftware, die schon gleich als Service drauf installiert war. Haben wir identifiziert, hingewiesen, Amazon haben Sie sofort aus dem Verkauf genommen. Warum ich das Schilder ist, und da wollen wir gerne, dass der Verbraucher selbstbewusst entscheiden kann, welche Risiken, so wie Sie das professionell machen im Bankenbereich, im Zahlungsverkehrsabwicklung, welche Risiken bin ich ganz bewusst bereit, dementsprechend einzugehen und welche Risiken bin ich nicht bewusst bereit einzugehen. Und dann würde ich zum Abschluss, weil wir haben ja gesprochen auch, dass wir so gegen 13 Uhr, glaube ich, soweit fertig sind. Stand der Technik ist eine ganz wichtige Diskussion, dass wir gemeinsam halt diskutieren, was ist der richtige Stand der Technik. Und da, lieber Herr Balz, bin ich auch sehr dankbar für die enge Zusammenarbeit mit der Bundesbank, dass wir uns dort vertrauensvoll austauschen und auch sagen, was sind denn da die richtigen Maßnahmen auch dementsprechend, genau wie mit der BaFin auch. Und ich glaube, es geht eben nicht, dass der eine sagt, ich weiß es und die anderen haben etwas zu tun, sondern dass wir als Team hier, gemeinsam als starkes Team, dieses voranbringen und dort dann auch dementsprechend eben diskutieren, was sind dort die richtigen Definitionen. Immer wenn ich frage, wie sicher sind wir? Ich gehe jetzt mal im Automobilbaubereich, da habe ich einen großen Automobilbaukonzern besucht im Süden Deutschlands. Da haben die mir gezeigt, was die alles machen im Bereich der Cybersicherheit. Also alles auf Folien, das ist klar. Da bin ich rausgegangen, gucke in mein Smartphone, in mein iPhone, dienstlich, bekomme eine verschlüsselte Nachricht, da heißt es, dieses Unternehmen ist gerade angegriffen worden. Da habe ich Kehrten Marsch gemacht, habe ich gesagt, Entschuldigung, Sie haben doch gerade gezeigt, was Sie alles so tun. Da haben wir gesagt, ja, da sage ich, Sie sind aber gerade angegriffen worden. Wenn das stimmt, was Sie mir erst gezeigt haben, dann hätte es gar nicht passieren dürfen. Das war die Antwort, wir sind gerade im Umsetzungsprozess. Das heißt, und ich glaube, das ist eine ganz zentrale Botschaft, ich glaube, wir können an viele glauben, aber wir als nationale Cybersicherheitsbehörde, wir sind nicht im Glaubensbusiness. Wir sind es im Wissensbusiness. Wir wollen Dinge gerne wissen, um Sie zu unterstützen, nicht um Sie an den Pranger zu stellen, überhaupt kein Interesse, sondern dass Ihre Systeme so gehärtet sind, dass die Zahlungsabwaltung so gehärtet ist, dass Sie die Risiken minimieren können. Und dem dienen natürlich auch verschiedene Maßnahmen. Da möchte ich nur daran erinnern, an den gemeinsamen Brief, den ich ja gemeinsam mit Kollege Hufeldt geschrieben habe, im August 2018, zum Thema bankenaufsichtliche Anforderungen an die IT-kritische Infrastrukturen, wo wir eben auch nochmal den Willen dementsprechend dokumentiert haben. Und wenn ich mir anschaue, wie wir irgendwie zusammenarbeiten, jetzt hier auch beispielsweise mit der Bundesbank, im Rahmen Umsetzung des Tiber Frameworks, also auch im Bereich der Penetrationstests, die dann da entsprechend durchgeführt werden, das Ethical Red Teaming, was wir dort machen, ich glaube, dann sind wir da auf einem guten Weg. Wenn ich mir anschaue, die Entwicklung als eines der letzten Bilder, dann glaube ich, wird das, was ich vorhin kurz eingeflochten habe, nicht nur Sie als Opfer, Bank als Opfer, sondern auch die Bewertung der Risiken Ihrer Kunden wird eine ganz zentrale Fragestellung sein. Wenn ich mir das anschaue, dann glaube ich, wird das Thema Bewertung der Kreditwürdigkeit von Unternehmen, wird es immer stärker auch reingehen auf das Thema, wie ist denn die IT aufgestellt, wie sind die vielleicht auch dementsprechend versichert, welche Mindestmaßnahmen haben sie, um dann dementsprechend also auch die Bedrohungen anders einzuschätzen und die Risiken anders zu managen. Das werden Themen sein, die sollte man nicht alleine tun, und die sollten wir gemeinsam tun. Gemeinsam sind wir stärker und tun Sie mal einen Gefallen, ich habe eine Menge gehört und gesehen, ich bin auch bei der einen oder anderen Tagung bei Ihnen auch bei Ihren IT-Dienstleistern manchmal, da wird viel gesprochen über das Thema, welchen Mehrwert das bringt, das ist richtig. Aber die Informationssicherheit ist die Voraussetzung einer Digitalisierung. Wir haben verschiedene Fälle erlebt, wo man gesagt hat, ich gehe damit raus und dann hat man sich am Ende nicht durchgesetzt, weil man damit eben nicht das Thema Sicherheit und Funktionalität richtig berücksichtigt hat. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mal bei Amazon war, da denkt man ja immer an den großen Paketauslieferer und dann, wir Deutschen denken ja sofort an Mindestlohn und sowas alles. Kann ich nur mal raten, fliegen Sie mal nach Seattle und schauen sich das an. Und schauen sich mal an, wie so ein Unternehmen angefangen hat, sich aufzubauen und zu wachsen, das ist schon beeindruckend. Und dann reden Sie mit dem Gesundheit, mit dem Paul, da fällt der Nachname nicht ein, das ist der Chief Innovation Officer, das ist einer der ersten 20 Mitarbeiter vom Jeff Bezos gewesen und der hat mal erklärt, wie wir das Thema Innovation angehen und von null auf, ich sage mal, 600.000 Mitarbeiter zu kommen in 20 Jahren, ist ja schon mal eine Leistung. Wir schaffen dann ja eher das in die andere Richtung, wenn ich an Quelle und so weiter denke. Und der hat einige wenige Punkte, fand ich hochinteressant gesagt. Ein Punkt ist, fangen Sie an, wenn Sie etwas Innovatives machen, etwas Neues machen, etwas Sicheres machen wollen, mit einer Presseerklärung. Wissen Sie warum? Nicht, dass Sie sofort das raushauen, das nicht. Eine Presseerklärung, Sie sollen safe legen. Weil dann in dieser Presseerklärung steht drin, was Sie in der Zeit erreicht haben wollen und welchen Mehrwert das für den Kunden gibt und wie sicher das Thema sein soll. Waren die bei allen Themen. Und das fand ich hochinteressant. Das habe ich bisher noch von keinem deutschen Unternehmen so gehört. Da habe ich noch ein paar andere Dinge erzählt. Aber das fand ich hochinteressant. Und wenn ich mir angucke, habe ich gefragt, was war dein größter Flop? Na, was glauben Sie? Kennen Sie doch das Telefon Amazon Fire? Kennen Sie doch? Da war mal was, ne? Ein paar hundert Millionen. Das ist nicht schlimm. Da habe ich gefragt. Und? Ein paar hundert Millionen haben wehgetan, oder? Da hat er gesagt, ja. Aber es war was anderes, was uns mehr wehgetan hat. Sag ich, was denn? Sagt er, die Kunden von Amazon haben gesagt, ich kaufe das und das ist ein tolles Gerät. Das ist, Entschuldigung, so ein Ausdruck, geil. Dann haben die es gehabt und nach zwei Monaten haben sie eine Schublade getan und haben gesagt, was für ein Quatsch. Das gesamte Image, das gesamte, was überall woanders aufgebaut worden ist, kaputt gemacht. Das können Sie so nicht kaufen. Und das ist Ihr Kapital. Man arbeitet mit Ihnen zusammen wegen dem Vertrauen. Man arbeitet mit Ihnen zusammen, weil man davon ausgeht, dass die Übertragung der Daten, dass die Übertragung der Geldströme, dass die Geldabwicklung vertrauensvoll gut, schnell, vernünftig funktioniert. Dafür sind Sie da. Digitalisierung ist ein Hilfsmittel dafür, das besser, effizienter zu machen. Aber am Ende stehen Sie dafür da mit Ihrem guten Namen. Wir wollen Sie gerne dabei unterstützen, damit wir gemeinsam die Digitalisierung erfolgreich gestalten können. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie ganz kurz noch bei mir. Eine schnelle Nachfrage. Kompetenzzentrum für IT-Sicherheit, habe ich verstanden. Dann haben Sie so eine schöne Zettel gehabt mit den Kooperationspartnern, Aufsicht, Bundesbank, EZB. Würden Sie sich an manchen Stellen manchmal gerne etwas mehr Kompetenzen wünschen, was Durchgriffsrechte angeht, was auch Datenabfrage angeht, dass Sie schneller an Informationen kommen, weil Sie haben ja eben selber gesagt, es ist nicht immer so einfach, die erforderlichen Informationen zusammenzutragen, um denen zu helfen. Es ist relativ einfach. Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin nicht im Glaubensbusiness, das mache ich am Sonntag, sondern im Wissensbusiness. Es wird so viel erzählt und relativ nicht immer alles so viel gemacht. Ausnahme Bundesbank, BaFin und so weiter. Aber positiv, also jetzt. Und jetzt mal im Ernst, beim Thema Huawei, da wäre ich ja angegriffen und so weiter nach dem Motto, wie kann man die zulassen, wie doof sind wir eigentlich. Wir gehen hin und sagen, wir haben ein Labor eröffnet, weil wir sagen, wir wollen es genau testen. Und ich will diese Risiken kennen und alle haben ein gleiches Niveau mindestens zu erfüllen. Und der Käse aus Deutschland, aus dem Allgäu, darf nur genauso viele Bakterien haben wie der Käse aus Frankreich oder aus China oder aus den USA, egal wo. Das gleiche gilt auch für Sie. Und das will ich wissen und testen. Und wenn man Lücken feststellt, dann wollen wir doch gemeinsam überlegen, wie man das anders machen kann. Und ich glaube, dass man immer nur nett nachfragt und guckt, was so passiert. Ich glaube, das ist auf Dauer nicht zielführend. Das nehme ich als Antwort auf meine Frage. Vielen Dank. Alles gut. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.